Hi, das sind ja und willkommen zurück und heute kommt ein Video, auf das ich mich schon seit längerem sehr freue, nämlich den Vergleich zwischen dem Jaguar F-Type und meiner neuesten Errungenschaft, den Porsche 718 GT4. Wir werden um beide Autos rumgehen, wir werden so die Vorteile erzählen, wir werden so die Nachteile erzählen, wir werden beide Autos auf jeden Fall vergleichen, wir werden beide Autos fahren und am Ende dann auch, ich sag mal, den Sieger küren oder welcher wirklich besser ist. Ich muss mich schon mal im Voraus für meine Sonnenbrille entschuldigen, eigentlich bin ich nicht so der Brillenträger, aber heute so unfassbar hell, dass ich sonst meine Augen die ganze Zeit zusammenkneifen muss. Aber wir legen direkt los mit dem Jaguar F-Type. Es ist der P340, also 340 PS, 450 Newtonmeter von einem 3 Liter V6 Kompressormotor. Ich habe das Auto besorgt im Mai 2019 als Neuwagen, das heißt, der ist jetzt ziemlich genau drei Jahre alt und bin in der Zeit über 52.000 Kilometer drauf gefahren und mittlerweile, muss ich sagen, kenne ich das Auto wirklich sehr gut. Ich habe ihn intensiv getestet, ich habe ihn in allerlei Jahreszeiten gefahren. Es war mein Daily, also der hat minus 15 Grad Schnee, Regen, Eis gesehen, aber auch als wir unseren Roadtrip nach Mallorca damit gemacht haben, 45 Grad Sonne gesehen, er war sich für nichts zu schade, er wurde für alles benutzt und ich kann schon mal voraus sagen, er hat es wirklich Bombe gemacht. Ich liebe ihn sehr, ich habe ihn ganz, ganz tief in meinem Herz. Es war einfach mein täglicher Begleiter und ich meine, hier kommt dann auch wieder das Stichwort Gran Tura raus. Verrückterweise, das hier ist ja ein GT4, also im Namen steht ja schon Gran Turismo, aber beide Autos sind so unfassbar unterschiedlich. Sehr starke, unterschiedliche Definitionen von Gran Turismo. Wenn wir mal ein bisschen was über die Speck reden. Wir haben hier Santorini Schwarz, wir haben die 20 Zoll Zweiteilerfelgen in Glanzschwarz. Vorne 9x20, hinten 10,5x20, vorne die 255x35, 20, hinten 295x30, 20. Michelin Pilot Sport 4S, was immer noch meine Lieblingsalltagsreifen sind. Wenn wir mal nach hinten gehen, die schöne Optik hier mit der Abgasanlage in der Mitte, immer noch als Erinnerung für den E-Type. Ich hoffe, es funktioniert mit der Helligkeit. Alter, es ist natürlich relativ dunkel, aber ich liebe dieses Heck. Er ist so unfassbar breit und einfach nur ein traumhaftes Design mit diesen breiten Backen, wie der Kofferraum hier so eng nach hinten geht. Auch noch ein weiteres luxuriöses Feature. Wir haben eine elektrische Heckklappe und da ist ein reiner Zweisitzer. Das haben wir über 300 Liter Kofferraumvolumen. Oje, das sieht ziemlich aus. Jetzt machen wir mal die ganzen Tücher da auf die Seite. Und hier haben wir eben schon Gepäck für zwei Personen für über einen Monat Malle-Urlaub reinbekommen. Und das war schon wirklich geil. Machen wir mal wieder zu. Ah, was wir dann auch noch sehen. Schöne Verstrebungen hier. Hier geht sogar der Alcantara-Dach immer bis nach hinten. Also ein super wertiges Gefühl. Hier unten drunter haben wir noch ein bisschen Stauraum. Normalerweise hat man dann auch noch hier wie so einen Sichtschutz, dass man von oben nicht reingucken kann. Ich habe es rausgemacht, dass man noch ein bisschen mehr Auspuffsaunt tatsächlich hat. Ja, machen wir mal wieder zu. Ja, sonst, ich muss ehrlich sagen, für die Preisklasse finde ich es einer der schönsten Autos. Ich liebe dieses Design mit der langen Motorhaube, wenn wir mal seitlich drauf gucken. Unfassbar langgezogenes Auto. Dieses lange Prestigemaß, was wir hier haben. Die Seitenschweller. Die Außenspiegel, die Position der Außenspiegel finde ich auch super. Aber das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir drin sind dann. Hier das schöne Santorini-Schwarz und hier beginnt schon das breite Seitenteil nach hinten. Und wie er hier nach außen kommt, ist einfach nur Wahnsinn. Ja, und nochmal aus dieser Perspektive, das sieht einfach nur super aus. Sehr, sehr, sehr homogen gezeichnet und ausgeführt. Vorne haben wir das große LED-Licht, was sehr, sehr, sehr hell ist. Auch das Fernlicht, also wirklich cool. Er hat zwar leider kein Kurvenlicht, das ist wirklich so ein kleines Manko, aber sonst kann ich dem Licht wirklich nichts Negatives nachsagen. Dann machen wir nochmal nach vorne. Das Scheinwerfer-Design, was so nach oben geht, ist ja auch relativ selten und einmalig. Daher kennt man auch den F-Type, wenn man das Tagfahrlicht sieht. Genauso viel mal außen. Gehen wir mal innen rein. Sehr cooles Feature am F-Type. Zack, so ist er geschlossen. Außenspiegel fahren ein. Keyless hat er. Schlüssel ist in der Tasche. Einmal auf den Knopf drücken. Der Griff fährt raus. Zack, und wir öffnen ihn. Sehr, sehr geil. Innen reingeschaut. Wir haben die normalen Sechswegesitze hier verbaut, aber ich bin super zufrieden an mir. Die sind megamäßig bequem. Ich mag das schlanke Design. Und hatte damit auch nie Probleme. Also ich bin wirklich super zufrieden damit. Innen drin Alcantara. Außenleder. Hier haben wir die Verstellung. Wir haben das Interior Blackpack. Bedeutet, dass der Griff und das alles schwarz ist. Wir haben das hier am Lenkrad schwarz. Wir haben die Mittelkonsole schwarz. Alles hier drin ist schwarz. Kein Chrom mehr. Außer diese kleinen Details. Aber die finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Steigen wir mal ein. Das ist schon echt immer ein ziemlicher Act, weil der Schweller hier sehr, sehr weit oben ist. Aber irgendwann findet man eine Taktik. Und dann funktioniert das ganz gut. Oh ja, wie man sieht, wir haben sogar knapp über 54.000 Kilometer schon drauf gefahren. Ansonsten haben wir noch das große Meridian Surround Sound System. Was nicht schlecht ist, aber für den Aufpreis von 3.000 Euro, muss ich ehrlich sagen, völlig überzogen. Also das ist es wirklich nicht wert. Wenn wir mal das Lenkrad anschauen, wir haben schöne Lenkradheizungen. Die Bedienelemente funktionieren eigentlich super. Hier haben wir den Tacho. Das Lenkrad fährt auch automatisch nach oben. Wenn man den Motor oder beziehungsweise die Tür öffnet, was das Einsteigen wirklich nochmal vereinfacht. Also da, Gott sei Dank haben sie das gemacht. Ein weiteres cooles Highlight, wenn ich mal hier auf die Zündung anmache. Zack. Man merkt, das Auto kommt ins Leben. Und die Lüftungsdüsen fahren nach oben. Das finde ich so ein geiles Feature. Hier kann man auch unterschiedliche Dekorelemente wählen. Ich habe jetzt hier die Alu-Optik. Kann man auch in Carbon nehmen. So, machen wir es mal wieder aus. Sonst bimmelt er hier die ganze Zeit. Zack. Bedeutet auch wieder, die Lüftung fährt ein. Echt geil. Ja, und sonst, ich finde diese Mittelkonsole traumhaft schön. Wir haben hier die Lüftungsverstellung und Temperatureinstellung. Wenn man Sitzheizung anmachen würde, dann muss man einmal draufdrücken und dann drehen. Sehr geil gelöst Kippschalter. Fühlen sich sehr, sehr, sehr wertig an. Hier haben wir den Drive Selector. Und wir haben den Normal Mode. Hier haben wir den Wet Mode quasi. Und nach unten den Dynamic Mode. Parkbremse. Abgasklappe. Traktionskontrolle. Spoiler. Startstopp. Den W-Lebel finde ich auch super schön designt. Liegt super in der Hand. Macht Spaß zu bedienen. Ist sehr stiff. Das ist mir immer sehr wichtig. Also er wackelt nicht groß. Dann hier einmal noch Lautstärkeregler fürs Soundsystem. Und genau, das war es eigentlich auch schon. Ein sehr, sehr großes Display. Was gibt es zum Navi zu sagen? Also ich finde die Aufmachung wirklich schön. Hier haben wir unterschiedliche Menüs. Also hier kann man sich quasi selber was zusammenbasteln. Sonst hat man hier Navigation. Ich finde es auch geil, dass wir hier Shortcuts gemacht haben. Wie fahre mich nach Hause, Suche, letzte Ziele etc. Hier haben wir die Medien. Hier kann ich immer so meine Quellen auswählen. Also am meisten eigentlich nutze ich tatsächlich. Ich mache nochmal zu nochmal aus. Am meisten eigentlich nutze ich die Quelleangabe, wenn ich mein iPhone dran habe. Oder eben das Telefon. Hier unten hat man auch nochmal so eine Schnellführungstaste. Sonst, wenn wir mal hier gucken. Hier haben wir noch ein Getränkehalle. Hier lege ich mir mein Handy rein. Hier habe ich jetzt gerade meine Höhle drinlegen. Hier hat man noch so ein kleines Ablagefach. Genauso wie hier oben. Und ja, Beifahrerseite. Auch immer wieder ein Highlight, was jeder Beifahrer einmal ausprobieren muss. Der Knopf für das Handschuhfach. Machen wir mal wieder zu. Beim Infotainment-System muss man wirklich sagen, man merkt schon, dass Jaguar da so ein bisschen zu kämpfen hat. Also es hängt sich doch gerne mal auf. Also wenn man sein Auto abstellt, die Tür schließt und das Auto nicht abschließt. Und man steigt dann ein. Dann braucht es ganz, ganz, ganz schön lange, bis es hochgefahren ist. Bis dann mal der erste Musikton wieder rauskommt. Da gibt es nur so ein bisschen Arbeit, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Aber ich habe für mich so die richtige Bedienung herausgefunden, indem ich eigentlich alles mit Apple CarPlay mache. Was in dem Auto standardmäßig kommt. Generell eigentlich. Also das ganze Infotainment-System ist schon standardmäßig dabei. Braucht man keinen Aufpreiszahlen. Hier die Mittelkonsole. Das ist eigentlich alles tatsächlich Standard. Man muss nur eine Zwei-Zonen-Klima dazu wählen. Das finde ich eigentlich echt super. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich da sich mal dran gewöhnt hat, dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, jetzt mache ich noch schnell die Go-Pos fest und dann fahren wir direkt mal eine Runde. Das heißt, wir sitzen drin. Fuß auf die Bremse und auf den Startknopf. Der V6 kommt ins Leben. Gehen direkt mal Abklaß-Klappe auf ein. Ich habe jetzt noch den Philipp eingeladen, der mich jetzt ein bisschen beim Film unterstützt. Mit seinem wunderschönen 997-Fers. Fangen wir mal vorne in dein Auto. Ein Traum, oder? Geil. Jawollo. Also, wir sind in Drive und fahren mal gemütlich los. Und dann geht halt auch schon der erste Vorteil los vom F-Type, dieses Achtgang-ZF-Wandlergetriebe. Man gleitet dahin, man gleitet los. Es ist super entspannt. Übersicht ist halt sehr krass. Man hat eine sehr, sehr schlechte Übersicht. Man sieht halt kaum was. Der Philipp ist gerade vorhin auch ein paar Meter gefahren und auch gemeint so. Bordstein, irgendwie Kreisverkehr. Aber so war es bei mir genauso. Du siehst einfach nichts hier drin. Aber irgendwie hat es auch einen geilen Touch, eine geile Emotion. Ich mache mal Fenster hoch. Start-Stop auch. So, und weiter geht es. Wie gesagt, dieses Anfahren. Das ist so eingegleitet. Das ist traumhaft. Und ich sage immer wieder aufs Neue, es ist einer der komfortabelsten Fahrwerke, die ich in einem GT-Sportwagen jemals gefahren bin. Also absolut. Da hat Jaguar echt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das ist ein Interrupt mit der GoPro. Die hat sich gerade verabschiedet. Aber es geht weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Das Gleiten, wie gesagt, das Fahrwerk. Echt Wahnsinn. Und auch ein riesen Unterschied natürlich zum GT4. Ich war damit auch schon auf der Nordstelle mit dem Auto. Und jetzt vor ein paar Wochen, beziehungsweise so ungefähr vor einem Monat, in Geneviers auf der Rennstrecke. Und du merkst das Gewicht natürlich schon an und dass das Fahrwerk auch zu weich ist. Aber zum Beispiel Curbfahren ist halt wie in der S-Klasse. Das ist halt super chillig und macht trotzdem Bock. Ein Problem sind halt einfach die Bremsen. Also die sind definitiv nicht für die Rennstrecke gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Klang finde ich super geil für den V6. Hat der Philipp auch gemeint. Der war auch sehr, sehr überrascht, als er damit gefahren ist. Und der Unterschied zwischen Klappe auf und Klappe zu ist auch sehr extrem. Jetzt haben wir gerade Klappe auf. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen an den Gang. 2000 Umdrehungen. Jetzt mache ich mal aus. Zack, man hört einfach nichts mehr. Jetzt hört man wirklich nichts mehr. Zack, wieder an. Und schon hört man wieder den V6 hinten rollen. Also das ist echt cool gemacht. Lassen wir es mal wieder auf an. Dann gehen wir auch schon mal direkt in Dynamic. Und wenn ich in Dynamic fahre, fahre ich eigentlich auch immer die Traktionskontrolle auf Track. Das heißt, da lässt er immer so ein bisschen mehr Schlupf zu. Ja, und wenn ich schnell fahre, muss ich auch ganz klar sagen, dann würde ich auch empfehlen, definitiv manuell mit den Pedals oder hier mit dem Stick quasi zu fahren, weil klar, man kann quasi hier in das automatische S, aber da ist das Wandergetriebe schon ein bisschen träge. Das macht echt keinen Spaß. Und deswegen gehen wir mal direkt hier in manuell. Klang. Also das klingt schon richtig geil, muss ich sagen. Ich liebe die Klangart. An sich das Getriebe schaltet super schnell, auch wenn ich jetzt hier, zack. Also da bin ich wirklich zufrieden von Wandergetriebe, absolut super. Und da macht es auch echt Spaß. Power, finde ich, also es ist jetzt nichts, was dich kickt, die 340 PS und 450 Nm. Aber sie sind sehr geil fahrbar. Also wenn du wirklich so Passagen fährst, Bergpassagen, ist das Auto halt super austariert. Du kannst es perfekt rumzirkeln, weil ich hatte schon andere Autos, die dann so 600 PS zum Heckertrieb haben und sowas. Da merkst du schon, dann ist ja die ganze Zeit nur, wenn du es regelt oder wenn du es halt aushast, musst du schon sehr aufpassen. Also ich mag die Leistung, ganz klar. Aber mehr kann er natürlich immer gebrauchen, ist natürlich klar. Lenkung, krasser Job von Jaguar. Jetzt haben wir hier Passage ein bisschen schneller nach links. Lenkung ist unfassbar gut. Also dieser erste Lenkimpuls, das Einlenkverhalten ist wirklich tadellos, absolut krass. Er ist dafür sehr sensibel um die Nullstellung. Also wenn du mal auf der Autobahn fährst, ich habe natürlich auch manchmal Momente, wo ich halt den hier mache. Und da kommt eine Bodenwelle und du machst es halt so, dann bist du gefühlt schon direkt auf der anderen Fahrspur. Also das ist schon echt krass. Er ist sehr, 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 sehr sensibel hier um die Nulllage. Aber da gewöhnt man sich dann auch dran und dann ist es auch kein Problem. Und ich genieße es auch so, diese Direktheit. Das Gewicht, also man merkt ihm das Gewicht schon an. Also er wiegt so um die 1618, 80, 1700 Kilo. Was natürlich schon mal eine ganze Ecke mehr ist als der GT4. Der wiegt ja gerade mal so um die 1450, 1480 Kilo. Wobei die ich noch nicht direkt gewogen habe. Das kommt auch nochmal im separaten Video. Was er jetzt wirklich finalen wegt, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Was ich aber echt im F-Tal lassen muss, so Kleinigkeiten macht er wirklich gut. Zum Beispiel die Luft, die aus dem Klima kommt, finde ich, generell liegt die Klima, ist einfach richtig geil. Wirklich krass. Also Porsche finde ich die nicht so geil. Da schwitze ich viel mehr drin, wenn ich die gleiche Temperatur habe. Dann mache ich kühler, dann ist es wieder zu kalt und so. Hier ist es echt krass gemacht. Wie gesagt, das Apple Kabel mit dem Riesen-Display funktioniert wirklich super. Was man aber leider sagen muss, du kannst dir halt nichts anzeigen lassen bezüglich des Fahrzeugs. Also Temperaturanzeige haben wir einfach nur so einen kleinen Balken. Also so für Wassertemperatur. Wir haben keine Öltemperatur, keine Getriebetemperatur, nichts. Das ist schon ein bisschen mauer. Also man weiß nie so richtig, wann das Auto jetzt wirklich warm ist. Allgemein kann man sich hier nicht so wirklich viel anzeigen lassen. Also das ist schon so ein bisschen schwach. Da sind zum Beispiel die neueren Facelifts schon deutlich geiler. Generell mit dem großen TFT-Display, was wir da haben. Klang, ja, jetzt sind wir hier zum Beispiel in einem kleinen Ort. Und das ist tagsüber, jetzt kann man da mal so ein bisschen Radau machen. Kein Problem, die kennen mich hier auch schon, die wissen, was wir machen. Aber zum Beispiel für OPF ist der Klang wirklich gut. Untenrum ist die Klappe auf, sobald man anfährt, geht die leider zu. Das ist sehr nervig. Und ab 3.000 geht es hier wieder auf. Hier vorbei. Oh, da darf ich da fahren. So, ich fahre jetzt. Über 3.000, jetzt ist sie offen. Das ist halt krass, ne? Also, boah. Was da hinten rausgeschossen kommt, das ist schon wirklich heftig. Ich muss jetzt nochmal machen. Krass. Ja. Also Klang, muss ich echt sagen, super. Genauso wie Drehzahlbegrenzer. Drehzahlbegrenzer von außen klingt absolut endgeil. Weil du halt wirklich dieses krasse Geschieße, Oldschool-Geschieße halt hast. Das ist schon wirklich cool. Wie sieht es aus mit Verarbeitung bei Engländern? Die sind ja jetzt nicht so bekannt. Ah ja, danke, danke für die Frage. Ich finde es sehr gut. Also, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich viel, was ich bemängeln würde. Nur hinten im Kofferraum sind so ein paar Plastikteile, die sind nicht ganz so schön. Aber sonst, wenn man mal hier guckt, hier haben wir keine wirklichen Spaltmaße. Das ist alles super eingefasst. Das Leder fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Man kann das auch alles hier noch in Eboni-Leder machen. Also, es ist dann genau das gleiche Leder hier wie am Lenkrad. T-Taster fühlt sich sehr, sehr, sehr wertig an. Es klappert nichts. Es wackelt nichts. Also, positiv überrascht. Absolut positiv überrascht. Jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen schneller. So, letzten Lagen jetzt um die Kurve. Drei. Vier. Aber wie gesagt, ich finde sie super. Sehr gut fahrbar. Macht Bock. Innenraum-Sound. Echt laut. Oder was meinst du? Ich finde, es ist echt laut, ne? Also, richtig geil gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Und auch die klang halt hier so bei vier draußen. Ich finde es so geil. Schalten. Gibt dann auch noch mal so ein paar Pops and Bags. Was auch sehr Spaß macht. Er liegt halt sehr satt. Er liegt halt wirklich super satt. Gerade bei Hochgeschwindigkeiten ist es unfassbar, wie gut er da liegt. Und gerade so lange, schnelle Kurven. Da fühlt er sich wirklich wohl. Das ist schon echt geil. Ja, und dieses Fahrwerk schluckt einfach alles. Ne? Krass, ne? Boah. Ich finde es auch echt, echt Wahnsinn. Also, man gleitet hier wirklich zügig entlang. Das ist unfassbar, wie geil. Das ist eine schnellere Kurve. Kommt so, dass ich schon wieder hin, oder? Geil. Es macht wirklich Bock. Also, ich liege den Efter immer noch nach drei Jahren und über 54.000 Kilometer. Da hat er immer noch ein Grinsen dran. Und vor allem auch bei den Momenten, wo man drauf zuläuft auf das Auto. Weil er halt so badass darstellt in All Black und mit der Breite und so. Das geht nie verloren. Das kann ich euch wirklich sagen. Das Auto hört nie auf, euch zu kicken, eigentlich. Ich bin jetzt wirklich gleich mal gespannt, wenn wir in den GT4 steigen. Und erst dann können wir so wirkliche Vergleiche ziehen. Dachhimmel ist komplett Alcantara. Sehr, sehr, sehr schön und weiches Alcantara. Hier mit meinem Mini-Sonnenbrennen. Und ich mich immer noch frag, wofür vorher noch geiler ist der Schminkspielkummer. Das ist mein Finger. Da siehst du dich eigentlich gar nicht drin. Und ich darf schon den Porsche wegschlagen. Ja, aber das ist wirklich krass. Aber gut, noch mehr Platz wegnehmen bei der A-Säule. Ja, nee. Ach, das ist vergessen. Es ist eigentlich sehr gut, dass ich den Philipp mit dabei habe. Weil er sitzt so eigentlich das erste Mal jetzt in dem F-Type drin. Was sind so Sachen, die dir noch auffallen, wo du sagst, was du krass findest? Also ich finde krass, wie überdimensionär dieses Armaturenbrett ist. Also im Vergleich zu einem anderen Sportwagen vor allem. Ja. Weil Sportwagen selber eigentlich nicht alles minimalistisch. Ja, ja. Vor allem was Komfort angeht. Ja. Aber der Wagen hier bietet einfach alles, was halt kaum mehr SUV bietet. Sagen wir mal so. Ja, vor allem hat er auch noch eine Frontscheibenheizung und Hängscheibenheizung. Weil zum Beispiel du machst ihn halt morgens an. Das hatte ich ja sehr oft im Winter, wo er auch draußen stand. Alles gefroren, steigst einen an. Ein paar Sekunden ist die Frontscheibe schon direkt frei. Hinten auch Lenkradheizung an, Sitzheizung an. Und du fährst da ganz entspannt los. Also optisch gesehen würdest du denken, du würdest in einem riesen SUV sitzen. Also wirklich so. Ja. Vor allem hier, wie man es von Porsche kennt, mit den Angstgriffen hier. Ja. Mit Cayenne. Aber draußen ist es halt ein Sportwagen. Unter der Motorhaube ist es ein Sportwagen. Das ist schon geil. Also dieses Thema Grand Tore hat halt, finde ich, echt gut umgesetzt. Als ich den damals auch abgeholt habe, muss ich sagen, hätte ich nie so wirklich gedacht, dass mich dieses ganz schnelle Fahren so sehr kickt. Ja, also damals, sonst hätte ich wahrscheinlich aber auch ein anderes Auto tatsächlich genommen. Weil, wie gesagt, für das ganz, ganz, ganz schnelle und Rennstrecke fahren, ist ja, glaube ich, nicht der Richtige, muss man ganz klar sagen. Gerade Thema Bremsätze. Aber sonst hatte ich eigentlich nie sonstige Probleme. Also bezüglich Temperatur, Motor und Getriebe eigentlich überhaupt keine Probleme. Generell Thema Probleme, weil Briten sagt mir immer nach, schwierig. Was hatte ich für Probleme? Also direkt bei der Abholung war die Batterie defekt, aber ich glaube, da kann das Auto nichts für. Haben wir einfach getauscht und dann war eigentlich in sehr, sehr lange Zeit gar nichts. Also wirklich null Probleme. Jetzt, vor einem halben Jahr ungefähr, also nach zweieinhalb Jahren, hat er angefangen mal Zündaussetzer zu haben beim Start. Also nur beim Start, komischerweise. Dann bin ich immer zu Jaguar gefahren. Die haben dann nur einen defekten Katalysator entdeckt. Dann haben sie dann auch auf Garantie problemlos getauscht. Dann hatte ich aber weiterhin noch die Zündaussetzer und dann haben sie nochmal genau geguckt. Und dann haben sie festgestellt, dass die Kopfdichtung kaputt war mit Folgeschaden. Heißt, Motor kaputt. Also neuer Motor rein. Das ist halt heftig. Und ohne Garantie wären das halt 25.000 Euro nur Motor ohne Einbau gewesen. Das ist halt schon krass. Wo ich mich auch immer noch frage, wo das herkommt. Weil, also ich gebe mir eigentlich schon Mühe so mit Kaltfahren. Normalerweise Kopfdichtung. Ich bin kein Kfz-Experte, aber kenne ich nur von zu heiß geworden. Kann man jetzt viel nachsehen, aber neuer Motor drin, läuft perfekt. Zu den Beschleunigungszeiten kann ich noch sagen, 0,100 haben wir gemessen 5,6. Und 102, 112,1 Sekunden. Ja, sonst Probleme. Also neuer Motor halt. Sonst die Sitze, die Sitzbezüge haken sich sehr, sehr oft aus tatsächlich. Das ist ein bisschen komisch, aber die kann man dann wieder einhaken. Und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Aber ansonsten? Eigentlich? Nie groß. Also ich gebe zu, ich hätte mit mehr gerechnet. Mit deutlich mehr. Klar, Motor war jetzt natürlich ein Batzen. Aber sonst so Kleinigkeiten, diese kleinen Scheißfehler, sag ich mal, wo die am meisten auf den Keks gehen, hat der jetzt gar nicht gehabt. Also wirklich nicht. Und wir machen direkt weiter mit meiner neuesten Errungenschaft, dem Porsche 718 GT4, den ich jetzt schon direkt lieben gelernt habe. Es war wirklich ein großer Traum, den ich mir hier mit erfüllt habe. Und ich bin überglücklich. Er war jetzt wirklich eine lange Zeit beim Folierer und wurde einmal komplett eingepackt in Lackschutzfolie. Also in klare Lackschutzfolie. Das heißt, ab jetzt können wir bedenkenfrei Gas geben. Und was ich auch noch ein cooles Highlight finde, ein kleiner The Wolf of Passion Schriftzug hier. Passt eigentlich sehr, sehr gut hier so zum Risskonzept. Ein paar Worte über die Speck. Wir haben Außenfarbekreide, wir haben das große PDLS Plus Licht, wir haben die schwarzlackierten Felgen, wir haben die PCCB-Bremse, wir haben die einklappbaren Spiegel. Wenn wir mal innen reinschauen, die neuen 18 Vollschalensitze. Hier einmal schön alles Carbon. Gelbe Stitching, gelbe Akzente. Wir haben das Clubsportpaket, wir haben Bose Soundsystem, wir haben das Carbon Interieurpaket, wir haben Apple CarPlay. Wir haben sogar, hier ist Porsche Wappen eingraviert. Wir haben die belederte Längssäule, wir haben die weißen Ziffernblätter. Oben auch im Sport-Chrono-Paket. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr gut gespecktes Auto. Und ich habe mich total verliebt darin. Das ist genau die richtige, ich liebe es einfach. Und es ist halt wirklich ein ganz anderes Konzept. Hier haben wir einen 3-Liter-V6-Kompressor-Frontmotor. Und hier haben wir einen 4-Liter-Boxer-Sechszylinder-Sauger-Mittelmotor. 420 PS, 430 Newtonmeter. Hier haben wir ein Wandlergetriebe, hier haben wir PDK, also ein Doppelkupplungsgetriebe von Porsche. Ein wirklich anderes Design, wenn man mal hier schaut mit der langen Haube, mit dem kurzen Überhang im Heck. Hier ähnliche Proportionen vorne zu hinten. Klar, Mittelmotor, deswegen brauchen wir auch mehr Platz hinten, mit dem schönen Spoiler hinten dran. Generell die ganze Aerodynamik, was halt die ganzen GT-Porsche halt haben. Hier die Lufteinlässe, dann hier vorne nochmal, was die Aerodynamik noch ein bisschen unterstützt. Also ebenso hier, wo die Luft vorne eingeht und hier oben auch nochmal das Auto zum Boden drückt. Sehr, sehr, sehr schöne und geile Elemente. Und ich liebe es einfach, wie er da steht. Das ist traumhaft, in der Sonne mit der Farbe. Wenn wir mal direkt auf das Praktische eingehen. Also Kofferraum-mäßig hat der tatsächlich einen Vorteil, weil wir haben nämlich nicht nur hinten einen Kofferraum, sondern ja, Mittelmotor eben auch vorne. Das heißt, wir können vorne und hinten drauf machen. Beginnen wir mal hinten. Sehr, sehr windig, Leute. Ich hoffe, es funktioniert mit den Windgeräuschen. Natürlich immer am Spoiler den Kofferraum öffnen. Haben wir hier doch schon einen relativ guten Platz. Hier passt relativ viel rein. Hier kann man hier oben noch was hinlegen. Hier haben wir sogar noch ein paar Fächer. Da habe ich ein bisschen Öl drin. Da habe ich noch Ventil, um in den Reifen die Luft rauszulassen. Sehr, sehr geil gemacht. Ja, und nochmal mit dem Clubsportbügel. Hier lässt man Öl rein und auf der anderen Seite Wasser oder umgekehrt. Ich bin ehrlich, ich habe das noch gar nicht geöffnet. Das können wir eigentlich mal direkt nachschauen. Zack, hier kommt Wasser rein. Und auf der anderen Seite Öl. Zack, machen wir es wieder zu. Machen wir auch... Ach, der Spoiler ist schon groß, ne? Das wirkt gar nicht so von außen, aber krass. Das ist echt schon ein Riesending. Ist auch verstellbar. Momentan haben wir die flache Stufe noch, aber bald werde ich ihn umstellen, dass man den Spoiler ein bisschen steiler macht. Und dann muss man vorne auch unten noch so ein paar Flaps rausnehmen, dass da quasi die Aerodynamik-Balance wieder gewährleistet ist. So, machen wir mal vorne auf. Zack. Und ich muss echt sagen, der Kofferraumplatz ist wirklich riesig. Er ist wirklich riesig. Er geht halt bis runter an den Boden. Da passt schon wirklich super viel Zeug rein. Also hier kannst du genauso Gepäck für zwei Monate reinpacken und dann mit deiner Freundin auf Tour gehen. Echt geil gemacht. Jawohl, machen wir mal direkt wieder zu. Zack. Ja, gehen wir mal innen rein. Steigen wir gleich mal ein. Man muss sagen, das Einsteigen in die Vollschein-Sitze ist halt wirklich überhaupt nicht einfach. Es empfiehlt sich definitiv, den Sitz immer zurückzumachen. Der Schweller ist weiter unten. Das ist einfacher. Aber die Kante hier, die ist halt einfach krass. Deswegen sitze ich zurück. Und irgendwann hat man aber auch den Dreh raus, wie man das am besten macht. Und da sind wir auch schon drin. Und was ich wirklich sehr, sehr liebe an diesem Auto ist, dass es genau diese Materialien hat, die doch jeder Mann will. Das sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Nämlich Leder, Naht, Carbon, Alcantara. Und das einfach zusammen an einem Fleck. Das ist super geil. Genauso hier auch an der Mittelkonsole. Dieses Carbon mit dem Leder und der Naht und all das. Das ist wirklich bildschön gemacht. Bild, Bild, Bildschön gemacht. Hier in der Mittelkonsole nur rein performanceorientiert. Hier kann man das PDK nochmal sportlicher schalten, dass man theoretisch auch für die Leute, die automatisch gerne schnell fahren. Ihren Spaß haben. Fahrwerk nochmal auf hart. Hier kann man das ESP ausschalten. Und dann nochmal ESC plus Traktionskontrolle. Abgasklappen und Start, Stopp. Hier haben wir das Mini-Klimabedienteil. Aber ich liebe das irgendwie. Und hier dann auch das Infotainmentsystem. Was sehr, sehr klein und unscheinbar wirkt. Aber es kann sehr viel und ist super schnell und sehr, sehr flüssig. Hat auch Apple CarPlay. Und ich finde es eigentlich echt eine coole Sache. Ja, und wenn wir hier mal weiterschauen, eben den schönen großen Drehzahlmesser in der Mitte. Links den Tacho. Rechts nochmal dein digitales Cluster, wo man sich alles anzeigen lassen kann. Zündschloss natürlich auch auf der linken Seite. Machen wir mal direkt den Schlüssel rein. Da natürlich in Wagenfarbe. Und dieses Gefühl ist halt einfach unfassbar. Schlüssel rein, Auto starten und dann hier mit dem PDK-Wählhebel in Drive gehen. Das ist super, super geil. Oben haben wir auch Alcantara. Hier haben wir jetzt Leder. Was ist jetzt anders im Vergleich zum F-Type? Also man muss sagen, die Sitze kann man deutlich tiefer sitzen. Also das ist wirklich krass. Man schafft es sehr, sehr, sehr weit runter zu kommen. Deswegen haben auch einige gesagt, die sehr, sehr groß sind, dass sie hier super drin sitzen. Die Übersicht ist tatsächlich besser, weil wir eine höhere Windschutzscheibe haben. Auch sehr, sehr geil hier, mit den Porsche-Schultern hier vorne, an den Kotflügeln. Die Übersicht ist wirklich besser. Tacho-Design ist halt einfach anders. Lenkrad ist anders. Wir haben Alcantara-Lenkrad mit keinerlei Knöpfchen da. Finde ich super schön gemacht. Die Pedals super fest und mega geil. Sitze, klar, Vollschalensitze. Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit denen vom F-Type. Die sind sehr, sehr, sehr bequem und eben elektrisch verstellbar. Diese hier sind auch unfassbar bequem. Also viel bequemer, als man denkt. Aber wie gesagt, außer vor, zurück und hoch, runter kannst du da nichts machen. Mich stört es nicht, aber ja, muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man so ein Auto eben daily fahren möchte. Das Bose-Soundsystem ist wirklich nicht schlecht. Ich finde, die Beste sind super geil. Von der Bühne her sind beide Autos nicht ganz so top, muss man wirklich sagen. Aber prinzipiell eigentlich echt ein cooles Soundsystem und es kostet ja nur 800 Euro Aufpreis und dafür ist es dann auch wirklich in Ordnung. Genau. Und halt trotzdem ein ganz anderes Gefühl. Wie gesagt, beim F-Type fühlst du dich viel eingepferchter, viel weiter unten, viel beschützter, viel weiter dran, diese lange Haube. Und hier hast du halt einfach dieses Racecar-Feeling eben durch die Sitze und all das. Das ist schon super geil. Eine Sache, was ich noch vergessen habe zu zeigen, nämlich das Heck. Ja, und man muss ja lauter Serien-Stands, ist wirklich super geil. Wahnsinn, oder? Gleiche Dimension wie beim F-Type 2,95-30-20 hinten 2,45-35-20 auf den Michelin Sport Cup 2. Das Heck, da sind wir noch gar nicht groß drauf eingegangen. Dieser megamäßige Diffusor sieht so geil aus und guck mal, wie tief der geht. Diese krassen Finne und vor allem der Diffusor geht ja unten ja nochmal weiter. Hier ist ja nochmal ein zweiter Diffusor. Richtig, richtig geil gemacht. Krasse aerodynamische Elemente. Hier haben wir noch die schwarze Porsche-Schriftzug. Ja, super krass. Und auch nochmal die Bremse. Ich muss immer wieder zeigen, mich macht die Bremse so an. 410 Millimeter auf so einem kleinen Auto. Mega. Jetzt würde ich mal sagen, wir steigen jetzt mal ein. Zack. Fuß auf die Bremse und rum. Abgasklappe natürlich auch auf. Gehen wir mal raus und hören mal zu. Sehr, sehr, sehr mechanischer Sound. Sehr viel Motor. Sehr laut tatsächlich. Viele sagen ja, ich habe jetzt das Mikro auf mich gerichtet, deswegen wird es wahrscheinlich leise sein. Wenn ich jetzt so rumgehe, ist es wahrscheinlich viel lauter. Viele sagen ja, dass das die Nachfolge sehr, sehr leise ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Also da kann man dem Auto wirklich nichts nachsagen. Ich finde ihn wirklich krass und ist auch um einiges lauter als der F-Type. Also definitiv. Traumauto, wirklich, oh mein Gott, wenn ich ihn so laufen höre und sehe, unfassbar. Also, gehen wir mal auf die Straße. Game, gut, super geil. Dazu, dann auch wieder dieses Einsteigen und dann dieser Wählhebel. Ich finde, der macht so Bock zu bedienen. Rein aber, und jetzt auch schon mal der erste Vergleich, anfahren. Für ein Doppelkupplungsgetriebe ist das entspannteste anfahren, was ich je erlebt habe. Jetzt gibt man langsam Gas. Verrückt, oder? Man muss zwar sagen, es ist zwar nicht wie in einem Wandler, das ist nochmal chilliger, aber für ein Doppelkupplungsgetriebe, unfassbar. Fahr mal gemütlich los. Du spürst gar nichts vom Schaltvorgang. Beim F-Type spürt man wirklich deutlich mehr. Wenn du es so normal gondelst und er schaltet hoch oder runter, hast du deutlich mehr Ruckeln. Wie hier. Hier spürst du wirklich 0. 0,0. Weil es dann auch einfach viel schneller ist, vermutlich mal. Lenkung, wenn man jetzt schon mal direkt spürt, die ist deutlich härter. Man merkt es halt einfach, dass ein GT so stiff und fest ist. Und all das, wenn man steht, das Auto vibriert, weil du so harte Motorlager hier drin hast. Ja, trotzdem. Der erste Anrufmoment ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich liebe das. So ein richtiges Racecar-Feeling, was man hier einfach hat. Ein bisschen kälter. Sonst kannst du super entspannt gondeln, wenn du mit dem Abgasklappen auf zuhörst. Man hört sehr, sehr, sehr viel Motor, weil der Motor ist halt direkt hinter dir mit relativ wenig Dämmung. Und du kriegst gar nicht so viel vom Ausbruchssound. Das ist alles mechanischer Motorsound. Aber es ist richtig geil. Unten oben ist es jetzt noch relativ leise, aber wenn man gleich da mit der Drehzahl hochgeht, dann kommt man schon gut was rüber. Wir cruisen jetzt direkt los. Wie gesagt, alles entspannt. Kann man super fahren. Fahrwerk ist natürlich schon deutlich straffer als das vom F-Type. Aber ich würde sogar sagen, es ist komfortabler, als man denkt, oder wie das Auto von außen wirkt. Aber klar, wenn es nicht so komfortabel ist, machst du halt hier direkt auf die Taste und dann ist natürlich, oh, schon hart. Ist schon ziemlich hart. Man merkt aber auch den Unterschied. Wenn ich jetzt weiß, jetzt habe ich ihn auch weich. Jetzt muss er sich ja so ein bisschen... Ja, schwierig. Aber es ist jetzt schon um 500 Lichtjahre direkter und stabiler. Aber wenn ich nochmal auf hart gehe, das ist unfassbar. Das Auto wankt nicht mehr. Das Auto wankt gar nicht mehr. Das ist wie ein Rennwagen. Das ist unfassbar. Das ist so geil. Man hört super viel mechanische Geräusche auch vom Getriebe und vom Differenzial und von all dem. Das ist so geil. Der Motor, wie ihr sah, vor sich hin wusselt. Richtig cool. Haben ja auch immer einige drunter geschrieben, dass er so nah am Lenkrad sitzt. Ja, aber Indi, ich weiß ja, ich muss das. Ich bin aber auch so ein leichter T-Rex. Also ich habe so ein bisschen kürzere Ärme als Beine. Deswegen, naja, ist halt leider so. Aber, naja. So lange muss ich erfahren. So, gehen wir mal hin manuell. Ein paar Gänge runter. Die drei. Da war ganz entspannt. Das ist nochmal entspannt. Und das ist PdK halt. Du spielst halt nichts. Also gar nichts, wenn du schaltest. So entspannt fährst du vorbei und dieser Boxer 4 Liter 6 Zylinder Sound ist halt unfassbar geil. Du hörst so viel von der Ansaugung. Reifen sind halt relativ kalt. Das war halt mega geil. Das hier finde ich super geil, ne? Ich feiere das zu Tode. Ansaugeräusche sind wirklich unfassbar geil. Und wie heftig das dann auch beim GD4S sein muss. Also wirklich krass. Ja, es ist, boah, das Einlenkverhalten wirklich unfassbar. Man muss sich aber wirklich auch ungewöhnen. Absolut ungewöhnen beim Fahren. Weil du kannst halt diesen Mittelmotor nicht so fahren wie ein Frontmotor, wie beim F-Type. Ganz klar, ne? Weil da ist es halt nicht so schlimm, wenn du schon relativ früh ans Gas gehst, ne? Du hast sehr viel Gewicht vorne. Hier rutscht halt gefühlt geradeaus aus der Kurve raus. Du musst viel mehr in die Kurve einbremsen, das Gewicht auf der Hinterachse einfach mitnehmen und dann halt rauszickeln. Das ist so Sachen, wo ich mich selber noch dran gewöhnen muss. Definitiv. Du bist schon wieder direkt dran. Ja, Verkehr ist leider wirklich nicht auf unserer Seite. Aber es macht trotzdem höllisch Bock. Das macht so Spaß. Oh, und diese Leichtfüßigkeit, die er einfach hat. Du spürst direkt, dass er so viel leichter ist. Und es ist halt einfach endgeil. Es ist end, end, endgeil. Ja, sonst, das Licht hier drin ist auch eigentlich genauso gut, muss man wirklich sagen. Genauso hell. Er hat Kurvenlicht, er hat auch automatisches Fernlicht. Er hat dafür keine Frontscheibenheizung, er hat keine Lenkradheizung, er hat keine Sitzheizung. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man jetzt wirklich an diese Alltagsgeschichten halt einfach denkt, wobei man den natürlich auch mit diesen 18-Wege-Komfortsitzen da wählen kann, was ich jetzt nicht machen würde, aber dann kannst du dir deine Sitzheizung und so halt auch reinkonfigurieren. Sehr, sehr, sehr wertiges Gefühl, muss man auch ganz klar sagen, innen, gell, mit diesem Eboni-Leder, mit diesem Glattleder, das wir hier haben. Also, supergeil. Was sagt zum Beispiel jetzt du, Philipp, wenn du jetzt hier drin sitzt im Vergleich zum F-Type, was fällt dir auf, was findest du nicht so geil? Der Wagen hat ja schon mal einen Bluttrunk, weil ich selber einen Helfer fahre. Das kann man mich nicht streitig machen. Es ist keineswegs übertrieben, wenn ich jetzt sage, Perfektion. Also wirklich. Ich bin auch in keinem Bentley oder Rolls-Royce gesessen, um jetzt zu vergleichen, was wirklich top auf der Line wäre, aber das hier, Verarbeitung, dann die Konfiguration von diesem Wagen selbst ist perfekt. genau so würde ich es mir auch wieder, also genau so würde ich mich konfigurieren. Und allgemein, das Alcantara, das Capone hier, die Nähte, die sind an der richtigen Stelle, es ist nicht zu vertrieben, es ist nicht zu voll, es ist alles sehr aufgeräumt. Also für mich die Perfektion. Geil, danke dafür. Meine Frage, ich weiß nicht, gab es den eigentlich mit Schiebedach? Nein, nein. Ich glaube nicht. Aber auch kein Carbondach. Ich sage, okay, jetzt gehen wir mal direkt hier rein und geben ein bisschen mehr Gas. Ja, dieser Klang, dieser Klang ist ja unfassbar. Wirklich absolut unfassbar. Ja, das ist halt unfassbar geil. Es ist so geil wie der Streifen. Das Mechanische direkt hinter dir. Wow, das macht es so rocken. Ja, das kann es halt einfach nicht verkennen. Ganz andere Sache wie beim F2. Einfach ganz anderer Motorklang, ganz andere Charakteristik. Weniger Drehmoment untenrum, muss man ganz klar sagen. spürst du auch, das ist halt wirklich ein Vorteil vom Kompressor. Du musst halt wirklich viel mehr Drehzahl geben, dass da auch was rüberkommt. Aber er ist sehr schnell. Also, er fühlt sich nicht schnell an, aber wenn du dann auf den Tacho guckst und so, schon, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir da mal Zeiten messen. Damit 100, 200 und so und auch nur 100 natürlich. Weil gerade mit dem PDK, glaube ich, wird die nur 100 Zeit wirklich nicht schlecht. Natürlich auch immer Geschmackssache, ob PDK oder Handschalter. Also, ich liebe Handschalten, ganz, ganz klar. Aber so, wie ich den Wagen nutze, hasse man das PDK schon lieber. Aber da muss auch jeder für sich selber wissen. So, jetzt wird eine schnellere Passage. Da ist es noch relativ kalt. Klar, die Klamour. Du kannst alles machen damit. Alles. Unfassbar, wie das Motor liegt. Das ist unfassbar. Richtig dekadent gerade einfach überholt. Einfach überholt. Man kriegt nicht genug von Klamour. Also, gar nicht. Und wie einfach man hier auch überholen kann. Weil du wirklich wie so ein, das hatte ich damals auch mit dem F8-Tributo von einem Kumpel mal. Das ist ganz anders, wie du hier Autos überholst. Weil der einfach so geil liegt und so wenig wankt. Das ist so ein wie ein Wind fährst du da vorbei. Ganz easy und entspannt. Und auch sicher. Muss man wirklich sagen. Ist ja viel sicherer, dann zu überholen. Aber wir brauchen nur die ganze Zeit und Grinze im Gesicht. Ja, für beide. Irgendwie so. Das ist halt das, was Porsche halt indikant. Wenn es ums Fahren geht, ist es halt anders. Der Jaguar, der Auslandscharben, du kannst es halt nicht so wirklich vergleichen. Keine Ahnung. Zwei Kinder raus. Ranz hat es einfach alles Ranz hat. Wie gesagt, die Bremse, sobald ihr mal eine Temperatur hat. Ich lege den Fuß da nur an. Ich habe mich da noch mal reingeblieben, ob sie. Okay. Der Fazit. Das macht so Bock. Das macht so Bock. Das ist echt krass. Und dann ist es hier noch mal ein Fazit. Puh, jetzt sind wir beide gefahren, haben von beide Eindrücke bekommen und jetzt gilt es eben, wie es schon im Titel steht, welcher ist besser. Das ist halt eine hart schwierige Frage, weil das kommt halt immer auf die individuelle Person halt einfach an. Du kannst sie sagen, der Porsche ist besser oder die Jaguar ist besser, weil das und das. Die Frage ist ja immer, wo liegen deine Schwerpunkte, wo liegen deine Interessen, was ist der Wichtige? Wenn du ein Typ bist, der so ein Auto gerne im Alltag fährt, der gerne einfach Langstrecke auch fährt, der gerne mal so ab und zu ein paar Passagen fährt, der das Auto einfach da hat zum Genießen und auch so ein bisschen Ausstattung und Komfort und alles möchte, ist ganz klar der F-Type das bevorzugte Auto. Wenn du einer bist, der wirklich so gerne mal das Messer zwischen die Zähne nimmt, richtig Gas geben will, alles an Performance rausholen möchte und auch den Genuss auf der Performance einfach hat, dann ist es definitiv der GT4. Klang können sie beide. Beide sind schnell. Beide fühlen sich geil an. Hier ist halt einfach die Performance-Kennlinie deutlich weiter oben. Hier ist es halt so mehr das komfortabel Grand Tourismo, daily-taugliche, langstreckige Genussobjekt. Keine Ahnung, man genießt den genauso, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber da sind halt einfach die Unterschiede. Ich muss ganz klar sagen, da ich mittlerweile einfach so eine große Freude an der Performance am schnellen Fahren, an diesem Fahrgefühl habe, ist es halt einfach ganz klar der GT4. Aber nichtsdestotrotz habe ich den F-Type immer noch in meinem Herzen. Am liebsten hätte ich einfach beide, den F-Type für den Alltag und den GT4 eben für diese Momente, wenn man es wirklich rein ums Fahren geht, rein um den Genuss des Fahrens. Und das ist dann halt einfach die perfekte Kombi, wenn man die Möglichkeit hat, beide zu haben. Mich würde wirklich mal interessieren, welcher euch am besten gefällt, welcher besser zu euch passt und warum. Schreibt es wirklich gerne mal drunter. Da füge ich mich auch gerne in die Konversation mit einem. Richtig, wirklich cool. Und ja, Wahnsinns-Tage, Wahnsinns-Aktionen, beide Autos zu fahren, hier in diesem traumhaften Wetter. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich, wie immer fürs Anschauen. Ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Das hält das Ganze hier am Leben, dass wir weiterhin Spaß haben können, und dass wir weiter Gas geben können. Vielen lieben Dank. Genießt den Tag. Macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.